Dieses Rasieren, das kotzt mich echt an, das wollte ich euch Frauen immer schon mal sagen. Sie sollen auch noch diese trübe Linse beschlagen. Ja, ich bin halt ein heißer Typ, da beschlägt die Linse schon mal. Seid froh, dass ihr euch nicht rasieren müsst. Mensch, ihr Weiber, ihr habt es einfach so schön. Ihr wisst doch gar nicht, wie schön ihr es habt. Und den ganzen Tag im Schulatm sich rumtreiben, während ich hier im Bad stehe und mich rasieren muss. Damit ihr Weiber wieder geil auf mich werdet. Gefall ich euch, guck, gebt es doch zu, ihr seid doch ganz wild auf mich. Aha, weiber, es gefällt euch glatt jetzt wie ein Babypo. So, jetzt noch eine Augencreme, die gute Elkos von Edeka, das tut's, gell. Ist eh bloß ein Placebo, ja. Das macht euch wild, ne. Ja, muss doch gut aussehen für euch. Hässle, hm. Also, es sieht gut aus. Also, es ist gut, gut, gut.